Wisst ihr noch, wisst ihr noch, wer ich bin? Ja, ich bin Cäsar, der Hase Cäsar. Der mutige Hase Cäsar. Gebt Hilfe! Ein Ungeheuer, ein Ungeheuer, Hilfe! Du Sven, ich will Schlagersänger werden. Du liebe Zeit! Maskenbildner! Nein, hör auf! Der sagt, ich habe ihn eingeladen. Dabei habe ich einen Zauberer eingeladen. Zwei, drei. Tor! Tor! Der ist restlos verschwunden. Der ist weg, wa? Mit diesen großen Ohren könnte ich gleich Filmstauerspieler werden. So wie ich aussehe, bestimmt. Da ist ja der Cäsar, du hast also Geburtstag, ich habe was abzugeben. Tja, ich bin, ich bin eben berühmt, nicht? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Man hat es sein. Untertitelung des ZDF, 2020